Nimmst du auf? Jetzt nehm ich auf, ja. Ja, das müsst ihr mir vorher sagen, damit ich dieses Wort nicht sage. Achso, das... das... Ihr müsst mir sagen, wenn ihr aufnehmt oder ihr müsst auch... Ihr müsst auch Marlon und mir, wenn wir beide mal wirklich hier zusammen... Ja, das hast du schon einmal erzählt. Ich muss hier Bescheid sagen. Ansonsten entfallen mir hier Worte. Die sind nicht wieder gut zu machen. Ich muss mich beherrschen. Och, Marc, was machst du denn für Geräusche, Marc? Nein. Das ist älter. Weißt du, irgendwie, wenn Fab... Wenn es dann mal dazu kommt, dass Fabian den Rekruten hat, fragt er immer so, all der den Rekruten hat, nein! Als ob er eigentlich die ganze Zeit am Eng saß und den Operator schon längst hätte wählen können. Als ob er da sitzt und wartet und wartet... Nein. Das ist voll, ey. Das ist voll so. Warte, ich muss noch kurz meinen Drucker einschmeißen. Kann mein Mikro nicht mehr nöten. Oh bitte, Biore! Bli, 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 bli! Aarze! Ohhhh, eine Runde mit Leib mit Aarze! 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 Kann man hier Luken zu machen? Luken! Aarze, Luken! Aarze, Luken! Aarze! 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 Okay. Ich will dann erstmal wieder weg, ne? Ciao! 10 Sekunden remaining! Bupp! Warte, Hilfe! Hier ist noch eins! War noch Ramo! Soll ich hier in die Treppe gehen oder nicht? Aber das wird nicht springen! A, Îe, wird ich nicht mehr. Da kommt ja nicht mehr raus, das so. but, wo komm' da nicht mal raus! Die Treppe ist nämlich auf ganz summarize runter. Ah, ich reg' euch jetzt mal' mein Deck er unterscheidet sie dann nicht was der Bein Pro die Reichen Schatz auszeichnen scheiß Typ ja wohl ich hab mit einem Schlaf ganz bildet in der Rolle das wurde die schon der Mann um ein scheiß drohen Ich sag mal warum meine Codierung überlastet ist. Darf's nicht. Wir sind noch gar nicht so hoch. Benutzen Sie eine schnellere Studierer-Voreinstellung. Alter, die Bolle hat sich auch wieder durchgeführt. Die Fotze liegt am Haus. Ja, die ist tot! Ja, Leute, an der drinnen war, geil! Ich hab irgendeinen Assist gekriegt, weil sie einfach böden. Die Asch hab ich. Ja, die hab ich einen Assist. Hm, gut, jetzt nicht gemütet. Weil das kann. Spielt ihr noch mit? Ja. Äh! Mikrofon! Äh! Ich muss morgen 6.30 Uhr aufstehen. Oh mein Gott, dann bin ich noch kurz vor dem Ford fahren. Warum machst du dein Mikrofon nicht? Anke? Weil das kann. Es nervt? Dass das Mikrofon immer lautet oder was? Hä? Dass das Mikrofon immer laut wird oder was? Antwort mir bitte. Ja Junge, aber es ist doch nicht der Sinn und Zweck, das auszumachen als Mikrofon. Jetzt mach es an. Wir machen doch eh immer nur Jokes mit, dass das laut wird. Es sagt doch keiner was dagegen. Das ist dann halt so. Jetzt mach das Mikrofon an, Alter. Das ist kein Teamplay. Es nervt mich nur. Ich muss immer scheiß babblen damit ich, damit es anbleibt. Ne, du musst ja bloß, wenn es einmal lautet, machst es einfach einmal hallo oder so und dann es gut ist. Das schlimme ist, ich weiß, ich will das rausreißen auf ne Headset. Das ist ein Headset. Das ist ein Headset. Scheiß kann es ja wohl da nicht sein, wenn es anfängt zu rausch. Das ist ein Headset. Das ist automatisch. Das ist ein Headset. Das kann ich gleich nicht rausmachen. Und wenn, dann muss ich irgendwie das call in Synapse. Ich hab das schon nachgeschaut. Hat mir jemand sagen können, dass man das Scheißfenster aufgemacht hat? Daher? Ey, der ist gewusst. Ja, die Fuse genommen hat, ja. Warum hast du's nicht? Da kommt doch wohl, wenn's denn hier fuesen. Das hat sich grad erledigt. der Gedanke hat es jetzt auch erledigt rechts in der Ecke oder er kommt dann rum wenn ich am schießen bin habt ihr nein genau da ist er links also geh rein und dann hinten am Ende des Ganges ich bin hoch ah der Kerzen hat euch der schöner von euch geöffnete Fenster geschossen das ist meine Clemo da hinten links genau da ist er nicht hier unten nein da hinten genau in dem Gang ist er ah genau da ist der Kessel auch ah ne da ist er weg das ist Gorku Hallo 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 Malo sei schon Kev Kev hört sich an dann geh vorbei geh vorbei muss ja nicht wissen da ich hier bin Kev links im Gang ist einer hast du ihn gesichtet ja was 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 schieß schieß schießt schießt und er ist tot 3 2 1 er hat genau den Typen eigentlich der ist jetzt tot oder einer von den Superbowl geguckt hat na ja das war schon das erste März wo es in der Verlängerung entschieden wurde ja ich hab's ja geguckt aber heute morgen hab ich das gehört mit den dass die Pellets ja erstmal 24 mit 24 Punkten im Rückstand lagen 3 2 1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 5 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 Bibliothek, ey, dann gehe ich da sofort rein. Egal ob die Leute cryen, die mit Little. Hmm, oder nicht. Muss das Wort sensieren, so PIEP! PIEP! Oh. So. Dope. Digga, was geht denn hier? I'm fuck ass, I'm fuck ass, I'm fuck ass fast boy. I'm fast ass fuck boy. Oiii. Es ist fuck, oiii. Sartoffelsalat. Kalat. Oh bitte, kann das Objekt überhaupt in der Bibliothek spawnen? Ja, da oben auf der Treppe. Oh nee. Das ist dumm. Und es? Oh nein. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da oben auf den Boden trägt. Jetzt haben wir schon mal die Map, ey, und dann kommt die nicht mal geil. Wer steht denn da so rum und macht nichts? Goreng, 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 ich. Oh, denn sie! Die Corona! Alter, Google, halt die Fresse. Scheiß drauf. Hat Google verstanden? Okay, Google. ich schaue ein Lott ich schaue mein Google ich schaue mein Holz ich schaue mein Holz ich mach jetzt die Pokale kaputt ich mach jetzt mein oh ich hab ihn gehittet ich hab ihn gehittet die Einstellung gehen besser, glaub ich Montagne wo? kommt der Schreie Achtung was ist hier weg? ich hab eine scheiß Drohne in einem Regal ich werd mich gleich bewegen mit 10 Sekunden noch ja Pico schwein du schwein du du Pico schwein du du Pico schwein Kurenku du Pico schwein Kurenku der ist alles über mir Hello darkness my old friend i've come to loot you again geh weg geh weg geh weg geh weg ben vertrauer mir ein fastes f… boi aber das gehört noch einer jetzt drin oder? D. Joe ist undackt ich bin tot du wurdest und duckt die schwitzen sind über dir ja ich wurde entdeckt gerade und der Fuse der Fuse ist am Fenster oben ja die Fische ist drin, die ist tot A SORRY ON! die IQ ist oben bei euch drin vielleicht weil du da voll durchgeguckt hast dieses Kackloch dafür hat sie den da nicht hochgelaufen sie haben sich gegenseitig gedrückt dann tötet ihr die Zwo mann ey schaut euch das an Kopfschuss beide auf wir müssen jetzt gewinnen werden wir das ist sicher nein 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 auf Gottes willen als ob ich sicher bin dass wir gewinnen auf welche Mond lebst du Alter dass wir gewinnen da steht Sonic Sonic Sali 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 well done biohazard container located the biohazard the biohazard boi 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 ich bin tot ja ja markiert schon wieder mit abes drohne haben wir alle gestern perfekt boi ich mach schon ein punkte mit dem ding ey dann haben wir da boi 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 irgendwas zappt mir jetzt die gleich da unter dem scheiß fenster da was gucke es geht ja dann auch nicht jetzt ballert er das ding noch nicht kaputt man ich will er füsen nein ich lasse dich nicht füsen und glas hat es zu jammen glas hat es kaputt geschossen was was wer hat was kaputt gemacht hue ist doch einen da wo denn das fenster es ist gejammed es geht ja dann auch nicht 3 die Tür war auch mal ein da war 3 das größte als Band auf 1 aber er war das Land stand der Wartel 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 4 4 ist nicht jemand der Dürmer hat es kann so sehr weit durchgeführt müssen wir mal in der Zoll der Zoll geht zurück er sitzt dazwischen Warte, warte, lass mich noch weiter ziehen. Geht's allein, geht's allein. Warte, ruhig. Komm, wir gehen wieder raus, schnell. Wir müssen nur immer diesen Kack-Jammer da hinten zerstören. Könnt ihr was von geil reinfüßen und die töten? Du sollst den kaputt kloppen, du Tipp. Der ist tot. Einfach nur von dem Spray. Eines sollte dir mit nur den Jammer zerstören, nicht den ganzen Fenster. Ich hab keine Ahnung, wo der Zoom ist. Warte, ich muss hoch. Anderem Raum. Ich muss es mir ganz von oben an. Das ganze Ding noch mal von oben. Rechte, äh, rechte Raum. Rechte Raum. Rechte Raum. Rechte Raum. Der hat ja so viele Scheißlöcher in der dick, Alter, da gibt's gar nicht. Geh raus aus dem Raum. Wow, ich hab zehn Punkte. Ich krieg die im Leben an. Ich brauchte den Raum daneben. Da ist er mit dran. Ich hab keine mehr. Schau zu mir. Der ist schon tot. Wollend. Ich bin hier dabei. Was? Was? Was ich sagen möchte. Nimm was Ding ein? Ach, hier ist er zu. Hallo, Hefe? Hefe? Hallo, Hefe? Hi. Hallo, Hefe? ja ich wollte gerade ein bis zu gestorben das war zu schnell wo doch die polizei ja 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 also das legt jedes